Okay, also das Ganze ist hier die Valhalla-Map. Das Ganze ist ja ein Mod, so gesehen. Eine Mod-Map wird sicher schon bei vielen bekannt sein. Ich habe sie bislang immer außen vor gelassen, aber wollte sie gerne mal ausprobieren. Und ich dachte mir, das Ganze mache ich mal im Livestream. Weil mich ja viele mal gefragt haben, ob ich nicht mal irgendwie wieder ARC bringen könnte. Und an ein Let's Play wollte ich mich zur Zeit noch nicht binden. Aber ich habe gedacht, wenn wir uns so... Ich habe gedacht, ich mache heute so bis vielleicht halb zehn, habe ich mir jetzt erstmal so angedacht, dass wir vielleicht so bis dann streamen, dass ich mir in der Zeit aber die Valhalla-Map zur Gemüte ziehe. Ich muss gestehen, ich kenne hier überhaupt gar nichts. Ich habe mich mit der Map null auseinandergesetzt. Ich weiß überhaupt nicht, wo es hier irgendetwas gibt. Also ich weiß nicht, wo ich hier Metall finde, Silica Pearls und hast du nicht gesehen. Ich weiß gar nichts. Ich bin hier nur einmal kurz reingegangen, um wie gesagt alles zu testen. Und ich habe mir hier meinen schönen Perfect Hair for Arrival Mod drauf gezogen. Deswegen habe ich mir jetzt hier auch schon einen ganz normalen Hut gegeben. Das ist ein Lederhut. Ich weiß es gerade nicht mehr, ist aber auch letzten Endes egal. Den werde ich natürlich selbstverständlich ganz normal auch gleich skillen. Und ja, dadurch, dass ich beim letzten Mal beim Testen hier schon so viel rumgehampelt habe, bin ich schon ein Level alleine nur durchs Stehen aufgestiegen. Und das werden wir jetzt mal direkt vergeben. Ich werde es jetzt erstmal in Fortitude schmeißen. So, Clothespants, Clotheshirts, Stonehatchets, Campfire. Ich glaube, das war es jetzt erstmal. Auch eine fliegende Insel gibt es auf der Map. Ja, siehst du mal, ich kenne von der Map hier einfach absolut gar nichts. Und Erk begrüßt mich schon mal direkt mit einem richtigen Lag. Ich weiß übrigens nicht von den Einstellungen her, ob das so in Ordnung ist. Also ich habe die... Die Einstellungen, dass ich was bekomme, an Rohstoffe alles ein bisschen höher gestellt. Aber... Schauen wir einfach mal. So, ich möchte nochmal was in Fortitude haben. Und dann nehme ich noch die Clothes, Gloves, die Boots und den Head nehme ich noch dazu. Okay. So. Es ist so ungewohnt, wieder in Ark anzufangen. Ich kenne das gar nicht mehr. Hallo, Fiber. Danke. Vielleicht hätte ich die Einstellung ruhig doch noch ein bisschen höher stellen können. Ich wollte eigentlich auch nicht übertreiben, aber... Na ja. Schauen wir einfach mal. Ich bin gespannt, was mich auf dieser Insel erwartet. Wahrscheinlich wird mich alles einfach nur töten. Warum mache ich mir den Head eigentlich? Ich habe doch schon einen. Ich bin so blöd. Ah, ne. Ich habe mir doch einen gegeben, damit ich die Perücke aufsetzen kann. Großartig gemacht. So, richtig großartig. Ja, hallo, Fiber. Ist ja auch irgendwie rar gesät, oder was? Versuchen wir das mal hier. Na, wie gesagt, ich hätte das vielleicht doch noch ein bisschen höher stellen können, aber... Was soll das? Jetzt müssen wir damit leben. Ich halte ganz viele Bären. Ist ja auch nicht verkehrt. Ja, hallo, Fiber. Oh, ich habe schon 60. Okay. So, einmal das. Okay, ich gebe mal einmal das hier. Ist ja schon gleich... Nein, Gottes Willen. Gleich viel besser aus. Yay. Okay. Es ist echt wieder ganz ungewohnt, von... von 0 in Ark anzufangen. Es ist ja... Mein Anfang ist ja jetzt schon ewig her. Seitdem... war ich da ja auch immer nur auf einem hohen Level. Ich kenne die Basics gar nicht mehr. Ich habe zwar da meine ganzen Videos gemacht, Anfängergeist, etc. Aber... das dann natürlich selbst nochmal zu machen, ist ja nochmal was ganz anderes. Also wenn ich so sage, ja, hier, ihr müsst das einmal so und so machen, dann ist das alles Tutti. Und jetzt stehe ich hier. 50 brauche ich dafür, naja. Ja, es ist echt ungewohnt. Vor allem, ich hatte vorher alles und jetzt habe ich gar nichts mehr. Das ist echt total ungewohnt. Ist die Quali eigentlich immer noch ganz gut? Bei Ark hatte ich da ja echt Bedenken. Übrigens, schön, dass wir schon insgesamt sieben Zuschauer sind. Freut mich sehr. Also, hallo an alle. So, Clothpants. Was brauche ich denn für die anderen? Brauche ich doch heute. Naja. Ich brauche Dodos. Ich brauche Dodos ganz dringend. Kaum sage ich, wir sind sieben Zuschauer. Sack die Zahl auf fünf runter. Großartig. Na gut, ich muss zugeben, der Stream war ja auch ziemlich spontan. Das ist schön, dass die Qualität bei dir gut ist, Drake. Das freut mich. Das Vorschaufenster, was ich hier habe auch. Ich habe ja auch so ein kleines Fenster. Da läuft es eigentlich sehr flüssig. Hallo, Sabi. Ich meine, bei Ark ist das ja so eine Sache mit flüssig laufen und dann auch hinzukommen, dass ich streame. Plus, ich habe meine eigene Aufnahme an. Kommt nicht so gut. So, wie viel brauche ich denn insgesamt für die 25? 25, 45. Brauche ich noch ein bisschen was? Kein Problem, Sabi. Freut mich, dass du da bist. Vor allem, weil der Stream halt auch so spontan war. Aber ich habe gedacht, wenn ich das spontan machen kann, dann auf einen Samstag. Dann haben wir etwas mehr Zeit als in einer Woche. So, wie viel habe ich jetzt? 58, das ist schon mal gut. Dann Level Up lässt auch nicht lang auf sich warten. Ja, ich denke mal so, wenn ich mal streame. Ich streame ja echt selten. Ich bin mir eigentlich angewöhnt öfter, aber ja, aber da habe ich gedacht, wenn, dann passt das eigentlich eher am Wochenende. Ich könnte mir eigentlich auch schon mal hier das ganze gedönst machen. Warum eigentlich nicht? Hallo, Headshot-Hunter. Schön, dass du da bist. Könntest du auch mal einen Wut da bitte rausbekommen? Nein, schön, dass du so viel schreibst, Sabi. Ja, das ist ein neuer Spielstand. Das ist, für alle, die jetzt später dazugekommen sind, das ist die Valhalla-Map. Ich kenne mich auf der Valhalla-Map überhaupt nicht aus. Also, ich habe einfach gedacht, wir schauen uns die jetzt einfach mal so zusammen an. Ich kenne überhaupt nichts von der Map. Ich weiß nicht, wo es hier was gibt und überhaupt. Und ich sehe da den Wirbelsturm. Und ich sehe da den Wirbelsturm. Also, wir machen jetzt erst unsere Spitzhacke. Dann gehen wir noch mal etwas auf Fortitude. Dann möchte ich einen Wundenklub. ein Speer. Ja. Okay. Hallo, Daniel. Habe ich hier eigentlich irgendwo einen... Ja, da ist ein Stein. Beziehungsweise liegen ganz viele Steine, aber ich bräuchte Flint. Flint wäre super. Wie viel brauche ich für eine... Ah, kann ich schon. Cool. So, wie gesagt, ich dachte mir, wir schauen uns einfach mal die Valhalla-Map ein bisschen an. Bislang geht es ja eigentlich noch. Es ist relativ ruhig. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wo hier das gefährliche Gebiet ist, wo hier irgendetwas ist. Das ist schön, dass die Verzögerung nicht groß ist. Wie gesagt, bei Ark hatte ich da echt Bedenken. Wie lange geht der Stream? Ich habe jetzt erst mal angedacht, dass wir so bis halb zehn machen. So, Woodenklub. Da brauche ich noch ein bisschen Wood für. rennt hier kein Dodo rum. Ich bräuchte echt mal einen Dodo. Ist doch kein Problem, Sabi. Wie gesagt, war ja auch alles ziemlich spontan. Mache ich mir mal gleich zwei. Einen Torch zur Vorsicht. Eben, Schlafen ist wichtig, Sabi, da hast du recht. Was ich zur Zeit etwas wenig tue, aber sonst alles gut. So, noch eine Torch. Dann Wood und Flint noch für ein paar Speere. Hallo, Edi. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wie viele Flints habe ich mir schon reingehauen? Ach, es ist zwei. Okay. Okay. Na komm, geh kaputt. Ich könnte mir gleich erst noch mal ein paar Bären reinschrauben. Ich meine, hier ist kein Dodo. Ich sehe sonst immer Dodos. Was wollte ich jetzt? Ich weiß es nicht mehr. Welcher Fall, Sabi? Ja, also eine leichte Verzögerung wird es mit Sicherheit geben. Aber ich denke mal, dass sie nicht allzu groß sein wird. hoff' ich zumindest. Wie viel Flint brauche ich denn für ein Speer? Zwei. Okay, machen wir uns mal so viele, wie wir können. Ach, ich kann nur einen machen. Super. Mehr Holz. Das ist okay. Kriegen wir hin. Das ist ja das geringste Problem. Okay, freut mich sehr. Wie gesagt, weil ich habe nicht die beste Leitung und dann auch arg und hast du mich gesehen, aber das ist sehr schön, dass das scheinbar so gut funktioniert. Das freut mich sehr. Ach, der Pfeil! Ja! Ja! Ist auch eigentlich der einzige Pfeil, den es hier gibt, ne? Oh. Danke, dass du für mich erklärst, Drake, weil ich wieder zu blöd bin. So. Hauptsache, arg hat gerade wieder geleckt. Dankeschön. Für mich ist der Pfeil schon so, gehört schon so zum Inventar. Ähm. So, die Stim-Burries brauche ich nicht. Die Narko-Burries ist auch alles gut. Fürsperre habe ich jetzt drei. 9,0. Ich brauche Halt. Ich brauche einfach Halt. Wo ist hier ein verdammter Dodo? Oh, wo fehlt man zum Reparieren? Ja, darfst du mich auch Kata nennen. Locator. Irgendwie, mein Name wird immer anders ausgesprochen. Äh, so. Dann kann ich die auch eigentlich gleich mit reparieren. Was soll der Geiz? Kann mir jemand verraten, wo ich Dodos finde? Ich brauche Dodos. Ich wette, ich finde gleich anstatt Dodos finde ich etwas viel Schlimmeres. Weiß eigentlich jemand auf der Valhalla-Map was das Boot ist? Oder ist das einfach nur schlichtweg Deko? Das ist schön, Sabi. Freut mich sehr. Ach, das Boot ist ein Spawnpunkt? Ach, das ist ja schön. Krieg dich ein, Ark. Dankeschön. Ja, immer auf die armen kleinen Dodos. Das muss jetzt einfach sein. Ich meine, die Fische geben mir nichts. Ja, Sabi, das ist normal, dass ab und zu Monleg bei Ark vorkommt. Das ist ganz normal. Wie gesagt, ansonsten muss ich halt nachträglich noch was in den Settings runterschrauben. Hallo, Dodo? Oh, das ist auch nicht schlecht. Ich kann ich später auch gebrauchen. Welches Level seid ihr? Was bist du? Level 12. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, auf was ich hier das alles stehen habe, aber hier ist kein guter Ort, wo ich dich irgendwo gegen drängen könnte, sonst rennst du mir nur weg. Welches Level bist du denn, Kumpel? Ich meine, ich habe jetzt eh noch keinen Sattel. Level 28. Einbauen ist auch nicht verkehrt. ich möchte jetzt... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Dodo. Das wollte ich gar nicht. Oh Kumpel, es tut mir leid. Es tut mir leid, aber du musst dran glauben. Oh, der hat sogar richtig viel Hight gegeben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, close. Wieso habe ich zu wenig Fiber? Hallo Nachtmensch. Schön, dass du da bist. Hauptsache ich hebe meine Hand obwohl du es gar nicht siehst. Großartig. Fiber? Was habe ich denn gecraftet an Fiber? Dass das schon wieder weg ist. Ich glaube es nicht. Na gut, holen wir uns ein bisschen Fiber. Fiber bitte. Kein Stein. Ich sagte kein Stein. Danke. Können. Community Server? Ich weiß noch nicht. Der Schmarrn kostet ja auch. Mal gucken. Ich muss mir da noch ein paar Gedanken zu machen. Cool wäre es auf jeden Fall. Ach Mann, hier liegt überall Stein. Dann hebt er immer Stein Hof. Unglaublich. Hauptsache auf der alten Map da rennen immer zigtausend Dodos rum und hier war gerade mal ein einziger. Themenvorschläge könnt ihr gerne machen. Wie gesagt, hat sie gerade gewittert. Ark ist ja auch gut ein Spiel, wo man ja auch drüber sämtliche Sachen reden kann. Der geht ja nicht ständig die Action ab. Lolli holt. Ich will auch einen Lolli. Ja, wie gesagt, man hat einen Community Server da gucke ich jetzt nochmal. Mal schauen. Wie viel habe ich? Na gut, reicht zumindest schon mal für die Boots. Ah, sehr schön. Ich kriege einen Lolli. Yay. So. Einmal die Boots. Fiat! Ich brauche ein Dodo. Es tut mir leid, aber ich brauche ein Dodo. Ah! Eine Zuckerstange, oder? Wir sind ja auf Deutsch, Zuckerstange. Eine Schildkröte. Ich brauche ein Dodo. Und Dodo. Oh, jetzt werde ich mit Lollis überhäuft. Och, ihr seid niedlich. Und Ark freut sich so sehr über den Lolli, dass es erstmal abspackt. Großartig. Ja, hallo, ist okay. Danke. Okay, doch, Zuckerstange. Okay, gut. Ja, Ark war gerade ein bisschen am ausrasten, was die FPS anging. Ein bisschen zu sehr. Ja, hallo, Dodo. Ihr seid doch sonst immer in Hülle und Fülle da. Ich meine, wenn ich mich doch daran entsinne, wie ich das Dossier übersetzt habe. Da hieß es, die haben, die paaren sich andauernd. Und was ist hier? Hier ist nichts. Nein, du bringst kein Unglück, Sabi. Haben wir jetzt mal ernst gemeint die Frage, wo, wo, wo sind hier Dodos? Das, äh, das unruhigt mich etwas. Moment, ich habe meine Engram-Punkte noch nicht verteilt. Da konnte ich erst schon mal das, jenes, das, das, die Doa fehlt noch, aber ist auch okay. Kiste und Water Skin brauche ich noch. Ich brauche doch nur einen, einen Dodo. Mehr will ich doch gar nicht. Das kann es doch nicht sein, ja? ich befürchte ja, ich treffe gleich auf was ganz Schreckliches. Oh, noch mehr. Welches Level bist du? 16? 60, aber du hast eine schöne Farbe. Ähm, wir sind nicht wundern, ich habe den Dynamic Color Mod drauf. Todesstehen und der Atemschutz. Ja, hier ist ja auch nicht Mandillo, hier ist ja gar nichts. Gut, abgesehen von Parasaur, Schildkröten und ich sehe den Enten einen Schweig. Aber gegen die werde ich jetzt eher gesagt noch etwas abspacken. Die brauche ich nicht. Ah, kommt schon, ich brauche da nur ein bisschen Ha... Oh! ein Dillo. FPS, krieg dich ein, das ist jetzt wichtig. Das ist jetzt ganz wichtig. Passt auf, gleich ist der Dillo Level 120, ich krepier sowas von. Ja, ich werde noch was zämen, aber jetzt ist das alles nur ein bisschen... Welches Level bist du? Darf ich das gerade sehen? Okay, darf ich nicht sehen. Wieso ist mein Speer schon direkt zerbrochen? Warum fahrt er jetzt instant weg? Ich hab mit dem noch gar nichts gemacht. Der will mich verarschen. Der will mich verarschen. Der will mich verarschen, ich verarschen. Danke, Sabi. Den sind glaube ich Dodos. Oh mein Gott. Welches Level bist du? Level 12. Das wäre auch nicht so verkehrt. Den ist auch noch ein Dillo. Oh mein Gott, Leute, ich sehe Dodos. ich sehe ganz viele Dodos. Mein Tag ist gerettet. Ich hab gerade gelesen, Level 166, ich krieg einen Anfall. Gesegnet sei dein Fell, ja. Gib mir dein heiliges Heid, wenn ich dich treffe. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, der verarscht mich wieder und gibt nur Fleisch. Nein, 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 nicht so weit ins Wasser. Bleib hier. Nein, nicht wegschwimmen. Okay. Ja, jetzt können sie sich gleich schon wieder nicht vermehren, weil ich schon wieder alle umgebracht habe. So. So. Nein, so. So. So.